Guten Tag, liebe Mitmenschen, herzlich willkommen. Freitag, der 6. August, das ist das Fest der Verklärung des Herrn. Alle drei Synoptiker berichten von diesem Ereignis und alle drei situieren es gleich. Messiasbekenntnis des Petrus, das Versagen Petri im Vollgefühl seiner Erwählung, die Zurechtweisung im wahrsten Sinn des Wortes hinter mich, reihe dich wieder neu ein, dort wo du hingehörst. Und dann die Leidensankündigungen Jesu und die Schärfung des Jüngerbewusstseins, dass die Rechnungen hier nicht aufgehen. Wer mein Jünger sein will, sagt dann Jesus, der verleugne sich selbst, nehme täglich sein Kreuz auf sich und so folge er mir nach. Wer sein Leben gewinnen will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben ummeinet und des Evangeliums willen Preis gibt, der wird es bewahren für das ewige Leben. Denn was würde es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewöhne und dabei aber Schaden nehme an seiner Seele. Und nachdem er die Jünger darauf eingerichtet hat, er ist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes, aber er ist der Gottesknecht, der leiden muss und der ins Leiden gehen möchte, wenn es denn nicht anders möglich ist, die von ihm geliebten Menschen zu retten und den man davon nicht abhalten darf. Wenn sie das verstanden haben, dann traut sich Jesus sozusagen ihnen auch zu zeigen, wer er wirklich ist. Und nimmt drei auch den Petrus mit seinen Fehltritten auf den Berg, auf den Tabor mit hinauf, um sich ihnen dort zu offenbaren. In jener Zeit nahmen Jesus Petrus, Jakobus und Johannes beiseite und führte sie auf einen hohen Berg, aber nur sie allein. Und er wurde vor ihren Augen verwandelt. Seine Kleider wurden strahlend weiß, so weiß, wie sie auf Erden kein Bleicher machen kann. Da erschien vor ihren Augen Elia und mit ihm Mose und sie redeten mit Jesus. Petrus sagte zu Jesus, Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind. Wir wollen drei Hütten bauen. Eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte, denn sie waren vor Furcht ganz benommen. Da kam eine Wolke und warf ihren Schatten auf sie und aus der Wolke rief eine Stimme, Das ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Als sie dann um sich blickten, sahen sie auf einmal niemand mehr bei sich außer Jesus. Während sie den Berg hinabstiegen, verbot er ihnen, irgendjemand zu erzählen, was sie gesehen hatten, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden sei. Dieses Wort beschäftigte sie und sie fragten einander, was das sei von den Toten auferstehen. Also das Messiasgeheimnis wird am Ende hier gegründet und eingeschärft. Nicht von der Herrlichkeit Gottes, die in Jesus Gestalt angenommen hat, sprechen vor anderen und ihnen da die Zähne lang machen, bevor nicht klar ist, dass dieser Herrliche sich eben selbst erniedrigen und selbst ausleeren wird müssen und dass er durch Leiden und Tod in seine Herrlichkeit gelangen muss und die, die ihm nachfolgen, die Bereitschaft mitbringen müssen, sich auf so einen Weg ziehen zu lassen. Sonst gibt es ein furchtbares Missverständnis, eine Erwartung an Jesus, dass er uns an den Schwierigkeiten des Lebens und an den Bedrückungen, die aus der Sünde kommen, der persönlichen und der strukturellen, dass er uns davon irgendwie also frei macht, uns dessen enthebt und wir mit ihm in eine höhere irdische Existenz hineinkommen, die nicht mehr von diesen Schwierigkeiten belastet ist. Das ist nicht sein Weg. Und das möchte er hier klar machen. Der Glaube daran an Jesus als den Sohn Gottes ist eine Gnade, aber er ist eben auch eine Last. Überzeugt sein von Dingen, die man nicht sieht. Petrus, wie gut kann ich ihn verstehen, dass er das festhalten möchte, dass Jesus beglaubigt wird von Mose und Elia, also von großen Autoritäten seines Volkes und er nicht selber mit seinem Glauben dafür gerade stehen muss. Aber so hat es Gott gefügt, dass wir mit unserem kleinen Glauben eine große Hoffnung aufrechterhalten. Gott segne und behüte sie alle. Schönes Fest.